Grüß'n, Volker, Revi's Pimmelsohn, Revi, ich bin's, dein Pimmelsohn, Dankeschön. Und Volker Online schreibt, ein Mittelfinger von mir und dem Rest aus dem Finanzleistungsteam aus dem Büro, wir machen gleich Feierabend. Ja, gut, gönnt euch, Volker, ihr erzählt euch auch noch. Volker ist der Oberspritzer, glaube ich. Volker ist der Oberwichser, Alter. Und die Franziska, ja gut, was soll ich denn jetzt schreiben? Na gut, viel Spaß bei deinem Geilen zu dem B. Vielen Dank, Franchi, Franziska, Dankeschön, 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 das ist sehr nett von dir. Ja, aber ich werde die Champagner tatsächlich vermissen. Ja, dann mach doch mal ein Video und sag, die sollen weitermachen. Ja, es wäre eigentlich echt mal angewacht, Leute. Wollt ihr die Champagniers weiterhin online sehen, dann lasst jetzt ein Abo auf Twitch da. Und da hab ich gerade kurz so gut gemacht. Kannst du gar nicht, ach komm, try harder. Ach komm, try harder, ich baue jetzt auch einen Penis oben auf meinen Werk, okay? Okay, was, ich habe keinen Bock verstanden. Alles klar. Alles klar. Boah, ich glaube, ich krieg hier Husten, Yves. Achso. Ja, ja, ich glaube schon. Soll ich klopfen schnell, oder was? Sam auch, ist auch dann, genau. Ja, hab ich runtergelacht. Ja, bitte. Ach, äh, Kevin, sag ich schon mal. Zinus. Ja? Hey! Wenn du, ähm, theoretisch abends, ich weiß nicht, wo kommst du ja aus der Schweiz, ne? Ja. Äh, habt ihr das beim Feiern in der Schweiz auch, dass bei euch ja mal auch verboten ist? Beim, im Club? Rauchen? Ne, mal auch. Mal auch. Kennst du nicht? Ob es verboten ist für euch? Ja, das ist echt nicht. Das ist eine Partydroge. Das ist mega krass. Echt? Also es ist halt legal gewesen in Deutschland. Okay. Weil es ist legal das Internet bestellen kann. Ziehen und sagen. Ne, das ist halt, ne, das ist halt, ne, das ist halt wirklich, ist halt wirklich bei uns verboten worden. Das ist kein Scheiß. Also voll viele Leute haben sich halt auch dagegen, ja quasi, das heißt gestellt, aber letztendlich halt, weil es halt auch bei vielen Leuten schon gang und gäbe gewesen, weißt du? Ja, wie Yves zum Beispiel. Es steckt voll an, dieser Kevin-Modus, ey. Richtiges Kevin-Modus. Wurde, hast du das Haus schon gesprengt? Nein, das wurde noch nicht gesprengt. Das Haus wurde noch nicht gesprengt, Leute. Das Haus sprengt wird bei 25.000 Zuschauern quer. Ich hab schon hier auf meinem Mund, ich war gerottet. Ekelhaft, Yves, Alter, dass ne ausgewachsene Frau sowas macht, wirklich. Wiedert mich einfach nur an, tut mir leid. Ne ausgewachsene Frau ist auch ganz nice eigentlich. Bist du nicht ausgewachsen? Wechseln oder was? Vielleicht. Bist du in der Bubertät, Yves, in der Pubertät. Ich bin lange, ich bin lange noch gewachsen. Ich glaub, bis ich 24 war. In der Bubertät, Leute. Bis ich 24 war, bin ich gewachsen. Nice, nice. Für ein paar Joghurts, danke, DirectX, für deine 2 Euro. Ich glaube aber, so teuer, wie die Joghurts im Moment sind, die Joghurtspreise sind ja extrem gestiegen, kann ich mir davon einkaufen. Aber eben eine, ich sag trotzdem, danke dafür, mein Freund. Hey, mein Haus ist so krass. Danke, 10 Master, 10 Master, für deine Spende. Digga, ich kann's euch allen noch empfehlen, Leute. Wenn ihr Geld zu viel habt, leg den Joghurt an Volker Online, würde ich euch auch empfehlen, mit deiner Finanzdienstleistungsfirma. Warum schreiben die da eine? Das Haus wird gleich, wie gesagt, gesprengt, keine Sorge, ihr seid schon alle am Turnuppen. Ich seh, die ganze Chat ist, ja, 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 ja. Alle in der Bubertät, alle haben Bock auf die Haussprengung, ich weiß. Alle haben Bock auf Rambatsamba. Rambatsamba. Nee, aber echt jetzt hier, du sagst, du auch nicht kennst, ist krass, finde ich. Wie ist denn das bei dem Hausslemafang, habt ihr das? Was? Hausslemafang. Nein. Nee, auch nicht. Krass, die Schweiz ist so ein seltsames Land, Alter, aber gut. Also, aber auch in Hausslemafang. Ja, auch nicht in der EU. Ja, verstehe ich aber auch nicht, dass du das nicht kennst. Wir können das gleich gerne mit dem Zunächst mal ausprobieren. Wir warten noch mal klein ein bisschen. Ich muss mir erst mal was Holz farmen. Habe ich hier noch die Axt? Ja, habe ich. Ich komme gerade gut voran, Leute. Ich möchte jetzt ungern auffüllen. Ich möchte erst mal mein Dach fertig machen. Das dauert nicht allzu lange. Und gleich am Zuschauerpeak des Jahrtausends werden wir einfach das Haus in die Luft bratzen, Alter. Ich weiß noch nicht genau, wie viele ich spreng, aber keine Ahnung. Ich werde auch einfach mal, also ich werde es so machen wahrscheinlich, ne? Wir werden das so machen, dass ich auf jeden Fall einen Mittäter finde. Und ich denke mal, wir werden einen Teil seines Hauses sprengen. Und ich werde das TNT placen, inklusive Redstone-Verkabelung. Und sollte dann irgendjemand zufällig von uns über die Druckplatte laufen. Also, ich muss halt sagen, dass wir alle auf die Druckplatte draufschießen, da kann keiner sagen, wer es gewesen ist. Was ist Rückplatte? Kevin, wie lange hast du nicht mehr geschlafen? Ein paar Stunden. Oh Gott, Alter. Ich mache nochmal hier eine ganz kurze Werbung. Und ich gehe mich ganz kurz nebenan am Clou einen runterholen. Ja, ich auch kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich muss noch ganz kurz was von nebenan holen. Ich will mir auch kurz einen runterholen. Bis gleich. Du musst schon immer, dass du ein Mann bist. So, mal kurz kurz gucken, wo wir Glas haben. Wer lacht da im Hintergrund? Keine Ahnung. Gibt eine Kili-Apps da. Direkt nix. Dankeschön für die Spende von 2 Euro. Wolltet zwar 4 Euro geben, aber die könnt ihr euch teilen. Ja, Dankeschön. Danke, danke, danke. Wo habe ich Glas noch? Glas, Glas. Glas, Glas, Glas. Glas. Wieso brauchst du Glas? Für meine Fenster und so. Ich habe noch viel Sand, falls du willst. Ja, Sand kann ich gut gebrauchen noch. Aber warte, ich gucke gerade wegen Glas. Glas, Glas, Glas. Wo haben wir hier? Ich habe echt nichts mehr, ne? Okay, ich mache erst mal ganz kurz so weiter. Glas, 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 Glas. Oder hatte ich nicht noch richtig viel Glowstone gehabt, Leute? Ihr habt doch bestimmt heute mal ein Video gesehen. Irgendeine Kiste oder so habe ich bestimmt noch ganz viel. Oder habe ich das gerade alles verballert zum Bauen? Ich weiß es gar nicht. Mal eben die Kisten abchecken, ob wir hier vielleicht irgendwo noch welches finden. Ja, Mann. Hier haben wir noch. Nice, dice. Zack. Bibi. Hallo? Alter, alle wieder da? Das ging schnell, ne? Yves holt sich einen runter. Ja, schon fertig. Das ging echt schnell. Ja. Nee, ich habe keinen Penis. Leider nicht. Voll Penisneidisch bin ich. Alles klar. Wo baue ich denn den Aufgang zu meinem... Dings hin? Kevin. Was? Zu meinem... Heißluftballon... Zu meiner Heißluftballon-Plattform. Weiß ich. Sag doch mal. Keine Ahnung. Ja, Mann. Dann kann ich hier den Übergang so machen, Leute. Dex, dankeschön für die Spende von 1 Euro. Ich liebe deinen Streamen. Das ist eine Herzenrunde für Kevin. Dankeschön. Danke, danke, danke. Jo, das ist kacke. Peter Boy. Ach, kann doch nicht wahr sein, ey. Du musst ihn abtragen. Was denn? Gar kein Glas mehr. Du machst das schön mit schwarzem Glas, ne? Mhm. Ich komme zu dir, Zinos, ja? Okay. Du musst ihn bergabtragen, ein bisschen, Leute. Oder? Du musst sehr viel Platz im Inventar haben. Nee, ich habe nur 1,5 Stacks. Das ist gerade schon noch viel Sand. Ich denke so, okay, alle klar. 1,5 Stacks habe ich Kevin. Da läuft Kevin gar nicht viel los für 1,5 Stacks. Ja, Mensch. Das ist viel. Wo kommt das denn? Scheib bloß nicht, ey. Nicht, dass ich verhebst. Hallo. Hallo. Ich bin kurz weg. Wie war's? Hallo. Ja, ich war gerade ganz nur bei Pannen drüben. Ach, warte mal. Ach, ich dachte, du gehst... Oh, das wird jetzt eklig. Ja, dankeschön für den Euro. Audioencoding. Tut mir leid, dass ich kurz weg war. 1 Euro und ich will die Töten. Oh, wir haben 8.000 Euro voll. Respekt. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Danke, danke, danke. Sorry, dass ich kurz weg war. Ich musste gerade, wie gesagt, was will ich mal mit dem Encoding klären. Hä, wo bin ich hier? Hier war ich doch eben gerade. Doch, hier war ich eben wohl. Okay. Ja. Was baut Petret denn da? Irgendwie habe ich jetzt das Problem mit dem... Ich habe einen USB-Stick bei ihm und da ist noch eine fehlende Datei drauf, die jetzt den Encoding-Prozess irgendwie angehalten hat. Das ist der Blader-mäßige Zogen und schneide ich das schnell fertig. Das schneide ich es fertig, sondern wird es fertig gerendert, damit das Video gleich online kommt. Das war jetzt leider der Plan. Tut mir leid dafür, dass ich jetzt kurz weg war, Leute. Sorry, sorry dafür. Habe ich Subs oder sowas verpasst? Nee, hat natürlich keiner abonniert. Alles klar. Vielen, vielen Dank für die ganzen Donations. Fabian, Sub, Grevy, kannst du hast mal spielen. Grüße mal an Bro, Chris. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, danke, danke. Danke, 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 Jan. Gebt mir bitte mal Pille von Fotze, Pille, Mann, Otz, Arsch. Ja, Leute, komm, bei 23.000 Zuschauern machen wir Jan Pille, Mann, Otz, mal 25.000 Wörter, die Sprechung vollzogen. Was ist so gut? Da gönnen wir uns doch mal. Da gönnen wir uns doch mal, nicht klar. Da gönnen wir uns doch mal, Jan Pille, Mann. Bist du lecker, Mensch? Ich wüsste eigentlich, was wir uns gönnen können. Was denn? Ähm, bist du brown, kriegst du frown. Ach nee, das wäre noch schlimmer. Kennst du das Lied? Wieso nicht GmbH? Das ist gut. Also ich finde Jan Pille, Mann, Otze deutlich besser. Also ich finde, bist du brown, kriegst du frown, auch gut. Dann ohne Aktien und Joghurt-Aktien nimmt Müll. Sensor und Sonnensysteme bringen momentan viel Geld, wenn du investieren willst, Schatzi. Danke, Volker. Ich werde aber trotzdem weiterhin in Joghurt investieren. Oder wir hören uns den Kappa-Song. Oder wir hören gleich Atemlos-Horriene-Fische. Oh Gott. Den Kappa-Song, der ist gut. Aber ich wollte nicht anfangen, Otze hören. Nein, das ist nicht so schön. Bitte. Nein. Doch, das können wir ja hören, bei 23.000 Zuschauer. Ja, okay, Leute. Bei mir aber 23.000. Ja, genau, Alter. 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 Dinos, wo bist du? Achso, der Zuschauer hat mir, Leute. Die Sprengung werde ich gleich auf jeden Fall bei Twitter ankündigen, damit ihr alle Bescheid wisst. Ich stelle mich vor deinen Augen. Mit, aber... Ad Klingern markieren. Ad Klingern. Ich bin voll weit weg. Ich bin unten. Was macht ihr das denn scheiße? Jetzt bin ich umsonst hier hingekommen. Danke, DirectX für zwei Euro. Hab dich ganz doll lieb. Oh, Leute, vielleicht werde ich im Januar nochmal ein Fertigungsfilm machen. Alter, Vanille, vielen Dank für zwei Euro. Ich mach auch einen. Hey, Rivi, du bist der Beste, du hast dein Merch, du hast dein Merch zu Weihnachten bekommen. Slepa TV, vielen, vielen Dank. Und Bini Stricher, hey, Rivi, kannst du über das Team adden? Mein Name ist Bini Stricher, würde mich freuen, wenn du das machst. Bini Stricher kann ich gerne mal tun, wenn meine Friendlist noch voll ist. Leute, ich verstehe das nicht, ne? 23.000 Zuschauer, ne, geht alle weg. Bei mir? Ja. Nee, das war falsch, Yves, tut mir leid. Wie, was war falsch? Ja, die gehen alle, Alter. Was? Warum? Du gehst mal zu weg, was 13.000 Zuschauer, ja, zählt nicht, mir egal, du könnt mich, ne? Alles klar. Wie, die Klänge? Die gehen wieder? Was ist denn mit denen? An Wien ist die Rache, wir üben Rache an Klängern, beziehungsweise ich übe Rache an Klängern und die anderen werden wahrscheinlich unfreiwillig mithelfen. Ich weiß nicht, welches Lied gemeint ist, tut mir leid. Ah, jetzt haben wir das Holz nicht mehr, das ist vielleicht... Da bist du lecker Mädchen. So, 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 so. 24 Stunden, 24 Stunden. 25 Stunden, kommt bei Early Boy, kommt Early Boy, was? Dankeschön. Willi, Willi, Willi. Also, wenn Early Boy gleich kommt, dann raste ich aber komplett weg, Alter. Das... Ja, will der heute streamen, oder was? Es wäre, es wäre fatal, Alter. Das wäre Edeklaration vom allerfeinsten heute dann. Ja, das wäre tatsächlich ziemlich schlimm. Riddick, würdest du... Dann kriegst du sogar wieder 30.000. Dann kriegst du sogar wieder 30.000. Riddick, ich schaue gleich mal, mache ich gleich auf jeden Fall, ja. Und wenn ich gleich auf Steam Online bin, dann tue ich dies. Mich hast du auch nicht geedded auf Steam. Äh... Ja, du bist ja auch ein Arschloch. Okay, dankeschön. Achja. Ja, was soll ich jetzt sagen? Also... Keine Ahnung. Gerade zwischendurch ein paar Frahnnotizen schieben, Leute. Immer am Hasseln, so läuft der Hase. Was willst du zwischendurch schieben? Frahnnotizen schieben, bei Whatsapp. Immer am Hasseln. Wie ist das? Ach, Rebi? Ja. Ich muss dich mal was fragen, was wichtiges. Ne, meine Handynummer kriegst du nicht. Was ist... Hast du... Ne. Nein. Bei Snapchat ne neue Freundin. Äh, drei Stück hab ich da. 900 EVE. Eine Milliarde. Ja. Ja. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Aber wenigstens bist du ja zu ehrlich und... Ja. Gib's jetzt zu. Hm, genau. Deine hässlichen Bilder noch einmal bekommen, dann rast ich aus. War eine einmalige Streamgeschichte, wo ich hässliche Bilder geschickt habe. Sagt er, weißt du, der die... Naja, egal. Wird nicht nochmal... Wird nicht nochmal vorkommen. Der immer nach mehr fragt. Äh, äh, äh. Er pisst dich. Ja, ja, weil da... Hi, Pallo, kommt jetzt nochmal was? Kommt jetzt nochmal was? Und sie immer so, nee, ich bin grad am Kacken. Wollte ich ein Foto von deiner Wurst haben. Nee, kam auch nix. Dafür hast du mir dann Bilder von deiner Wurst geschickt? Ja, von meinem Kottwurst und von meinem Pippi-Born. Das wüsstet ihr jetzt gerne, ne? Das ist meine Kottwurst gewesen. Die hab ich auch Rottfilz geschickt, letztens tatsächlich. Ach, der hat da doch so ein Meme rausgemacht, ne? Was? Der hat da doch ein Meme rausgemacht, ne? Aus meiner Scheiße? Ja, mit so'n Gesicht, so und so. Weil, hast du nicht gesehen? Nee, hab ich nicht. Sag mal bitte, please, Tim, Digga. Riverside, hab ich nicht. Alles klar. Wieso sind es halt nicht vorhin? Oh, was? Hab ich doch. Danke, Martin, für deine Donation! Hilfe, was ist das denn jetzt? Ach, wieder so'n Baby-Zombie? Nee, gar nicht. So, äh, Kinders. Gib fein acht. Ich hab nichts. Wir öffnen uns mal hier vorne am Häusle ein bisschen weiter ein. Imperium, danke schön für die Spende von 10 Euro. Natürlich grüße ich dich. Er kommt nämlich aus der Schweiz, ja? Da fährt, da fährt der Kevin einmal ne Woche hin und bringt die Kohle da weg. Cooler Typ. Na, alter Typ. Cooler Typ. Der ist ein cooler Typ. So. So. Richtig cooler Typ. Richtig cooler Typ. Ja. Ja. Cola-Typ. Cola-Typ. Witzig, witzig geht so. Ach, Leute. Ja. Ja, Regi, was denn jetzt mit Snapchat? Ich hab's gesehen. 30.000 Zuschauer. Hendrik. Was kommt jetzt? Jan. 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 Sehr gut. Alle bereit. Ich mag das Lied, ja. Cool Kevin, wir sind noch der Erste. Wir sind heute Abend die Gäste im Rio Palace. Was? Wart ihr überhaupt da schon mal drin? Es geht mir so leid, dass ich alle mit für die Geschrecken reinziehe. Sorry an Tinos. 121 GB! 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 131 GB! 131 GB! 151 GB inteiratteredomast2! 154 GB! 206 GB! 151 GB! 185 GB! 185 indeediranker! 185 GB! 186 GB! 19 domestic! 187 GB! Das ist ne jute Frage immer! Ja, Alkoholiker, Miki Krause. Oh nein, mach doch das nicht! Mach das doch nicht! Ah, das ist nicht so schön! Pülemann Otze, Pülemann Otze, Otze Arsch! I'm sorry! Pülemann Otze, Pülemann Otze, Otze Arsch! Otze Arsch! Otze Arsch! Ja, und auch ohne Schlaf! Pülemann Otze, Otze Arsch! Pülemann Otze, Pülemann Otze Arsch! 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 Nein, ich hab auch die Elfe! Pülemann Otze Arsch! Pülemann Otze Arsch! Friedik, danke für deine 5 Euro Donation! Was steht da? Mitleidspende? Das ist wie ein Mitleid-Stick. Nehme ich ja auch. Otze, Otze, Arsch. Otze, Arsch. Es gibt Menschen, die hier heißen Becker oder Konstantin oder Becker. Voll lecker. Danke, danke. Einfach Olli, Wer oder Geissen. Das ist einfach so schrecklich. Wer hat mal Jan-Pillemann-Otze Arsch genannt? Dann guckt der Mann, Jan-Pillemann-Otze Arsch. Jan-Pillemann-Otze Arsch. Jan-Pillemann-Otze, Otze Arsch. Otze Arsch. Kevin ist richtig hinterher einfach. Aber er freut sich, das ist doch hier Hauptsache. So ist Kevin. Jan-Pillemann-Otze, Pillemann-Otze. Den stell ich mir richtig vor in der Menge, wie er richtig abgeht, der Kevin so. Yeah! Jan-Pillemann-Otze, Jan-Pillemann-Otze. 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 vielen dank volker vielen dank wir haben Pilemann Otze 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 Arsch Leute, dankeschön Niklas Myroxe Myroxe Early Bird Pain vielen, vielen Dank an eure 2, 3, 4 Euro Donations untereinander, ich bin euch sehr, sehr dankbar ihr wisst der beste YouTuber, mal weiter versuchen Niklas schreibt, du Hurensohn, Dankeschön Niklas Beste Community Der mag dich Moriwis Mama Ohren zu halten jetzt Ich glaube, meiner Mama muss mir jetzt echt die Ohren zu halten Die weint manchmal, ne? Wusstest du das? Die weint öfters Ja, bei so einem Sohn ist das verständlich Wir machen jetzt mal weiter hier am Dach Ich will unbedingt noch fertig werden, wir schaffen das heute noch Leute Ich bin richtig produktiv gerade dran Das ganze? Ja klar Ohne Witz Ohne Witz? Ist das meine geile Musik, die da im Hintergrund läuft? Ja, Baby, ja, ist das geil Yves Was ist da schon wieder los? Dreh den Swag auf, Leute Boah, bei 25.000 Zuschauer, ihr wisst was ist, es fehlen noch 1.000 Leute, dann wird gebumst Dann wird gefickt Was kommt denn bei 1.000? Bei 25.000 Zuschauer mach ich eine Werbung Mach ich eine Werbung, geh weg Nein, dann wird das rausgespräch You in your hand Willst du im Hintergrund irgendein Lied? Frag Zinus, was er bei der Durchsetzungsinitiative stimmt Zinus, was stimmst du da? Was? Christoph Blocher fragt, was du bei der Durchsetzungsinitiative stimmt Stopp! Einer Christoph Blocher genannt hat Ich weiß nicht was das ist Das ist bei uns so der Anführer der Rechtsextreme Oh ok Da hat jemand auf jeden Fall einen ganz besonderen Humor Ihr wollt meinen Fuß sehen? Meine Zuschauer wollen meinen Fuß sehen Was? Jemand will deinen Fuß sehen? Gruß oder Fuß? Ja Keine Ahnung Was da wieder nicht stimmt Ich bin leider gar nicht politisch eingestellt So, es juckt nicht Warum leider? Ist doch gut Du kleine Zinos du Danke, danke, danke In der Schweiz gibt es Politik Ich dachte das ist Zukunft Kauft den BH für ihre Hänge tippen Wir können da abstimmen und so Stop Für 4 Euro kriegt man glaube ich keinen BH Wird das Boy Aber bei Kleiderkreisel? Schwerter Jopp So, um mal die Grund So ein bisschen gegen die Schwerkraft zu machen Finde ich, könntest du ja schon mal was investieren Ja auf jeden Fall Grundgedanken oder was, Alter Da brauchen wir, können wir so ein Donation Goal machen Oh ja, geile Unterwäsche für mich, ja Geile Unterwäsche für Yves Das ist jetzt dein Donation Goal Yves Gönn dir Gibt so eine geile Unterwäsche für mich Gibt so eine geile Unterwäsche für mich Victoria's Secret Unterwäsche Geil Oh, es gibt so eine neue Bahn Schaut auf jeden Fall vorbei Geile Unterwäsche für mich Du solltest einen Fliesentisch ins Haus bauen Nee Ich mach mir auf jeden Fall einen Fliesentisch ins Haus Mach den doch mal selber Was? Einen Fliesentisch Ich werde mir einen Fliesentisch ins Haus bauen Ja, aber, ja, aber Ne, ich meine In Wirklichkeit kannst du das ja selber bauen, ne Ich werde doch keinen Fliesentisch Kevin, was ist mit dir immer ein bisschen zurückgeblieben? Ja Wem redet ihr Junge die ganze Zeit? Oh, keine Werbung mehr Ich glaub dir hört Moneyboy Schreibt dir BWW schreibt keiner? Egal, Werbung Kennst du das Lied nicht, oder was? Von Moneyboy Ja, Mann, das ist voll geil Das ist voll geil Voll geil Ja, aber warte mal Ich find das sieht richtig gut Gut Das wirst du heute noch fertig machen? Ja, das ist doch nicht schwer Äh, hallo, also bitte Hallo Hallo Fuckin Revins halt, Alter Natürlich meinst du, fertig immer Ich bin fucking gewinnt Revi, die wollen alle Bettwäsche Ah ja, die gibt's eure Bettwäsche Trennet erstmal den Scheiß aus Oh Gott, das Imperium schlägt zurück Oh ja, Bettwäsche Wende Bettwäsche Auf der einen Seite Revi Auf der anderen Seite irgendwas geiles Redis Danke Auf der einen Seite Revi Auf der anderen Seite was geiles Nope Kevin Ja Mann, Alter Danke, Richard Okay, es wird zwei Euro Boah Leute, es fehlen nur noch Hause Zuschauer, da wird Klängers Haus gespringt Oh, ich bin schon... So o-aufgeregt bin ich So o-aufgeregt Aufgeregt Krass, kann ich gar nicht beschreiben, hol ich رäif who weiß Du wirst das Haus lang gespringt Vor allem der Klängern, ne? Der ist ja eigentlich die Obermistet, weil der immer so ein bisschen sutil trollt. Wie heißt es? Kröpsen. Kennst du den Rülpsniesfurt? Den was? Rülpsniesfurt. Nee. Alles gleichzeitig? Ja. Rülpsen, niesen und furzen. Ist das noch nicht gehabt? Da stimmt man doch bestimmt dran. Erzähl doch mal, Zinus, ja. Ist das auch so eine neue Challenge? Kevin! Warum bist du so im Kopf gefallen heute? Heute? Rewi, wenn du dann das Haus in die Luft hast, dann deine Mutter von SXTN? Auf jeden Fall. Was soll denn heute auch? Leute, wir müssen zusammenhalten. Es wird nur ein Teil vom Haus gesprengt und... Nee, ich mach das nicht. Ich bin dabei. Nee, ich mach da nicht mit, weil du musst die ganze Zeit hier so richtig fertig machst und so. Kevin, ich möchte nicht, dass du die ganze Zeit singst. Verstehst du? Die Leute möchten das ja auch nicht. Ich find das schön, muss ich sagen. Ich glaube, die möchten das. Kevin hat so ein engelsgleiches Stimmchen für mich. War das der Bot? Nope. Ich dachte, das wäre Kevin gewesen. Nein, das war der Bot. Kevin? Ja, bitte, lassen. Deine Stimme ist richtig schön. Dankeschön. Ja. Du bist auch ein schöner Mensch. Okay, wir sprengen gleich. Kleinen ganzer. Da wird mir immer so ganz schwindelig, wenn Kevin singt, weil es so schön ist. Da wird mir richtig, da wird mir richtig, da wird mir richtig stift, Alter. Ja. Ich riech'n Stift. Muss ich ja mal kurz Pause machen, dann. Ja, richtig. So, das Video von Palle lädt gerade eben hinter und hoch. Nee, lädt gar nicht. Ich hab's vergessen, hochzuladen. Ich idiote. Nice. Du lädt's hoch während du streamst? Kein Dinger, das schürzige Ablohnung ist das. Das Imperium ist wieder da, alles klar. Ich komm, ich helf dir jetzt, Revi, pass auf. Ich helf dir jetzt. Wenn du im Zocken, Imperium, kannst du, wenn ich Minigames spiele, zum Beispiel Get Down auf dem Revin-Side-Server, das spiel ich sehr gerne. War der coole Server. Gleich Werbung. Ja, mega cool, da war ich gestern auch drauf. Ja, es sei halt einfach so, ist das ein geiler Spielmodus, Ende. Die anderen Server waren den da nicht, also Ende. Mach doch mal Masterbilders bei dir endlich, Revi, mit geilen Wörtern. Was? Illuminato, 4.38, aber nur wenn ich mitfahren darf. 20 Euro, Alter. Dicke. What the fuck? What the fuck? Ich glaube, wir haben 25 jetzt. Wir haben 25.000 Zuschauer. Ja, alle mit ihren 3-4-Accounts, aber egal, ne? Was machst du da? Ich helf dir. Das hilft nicht. Das hilft kein bisschen, wenn du die Erde hinsetzt. Aber das ist, warum nicht? Versuch, Revi, nicht zu helfen. Doch, aber... Du behinderst sie nur. Nein. Ich bin in meiner kreativen Phase. Ich muss mich nämlich ausleben. Oh, ich brenne! Ich bre... 25k. Ach, fuck. Ja, okay, los geht's, Leute. Revi? Warum? Ja, wofür wir den Bot hoch? Warte, wir müssen erstmal alles vorbereiten. Vorpreiten. So, Leute. Erstmal müssen wir Klängerns Haus überhaupt hin. Ich weiß gar nicht, was auch. Ja, irgendwas sprengen aus Verzeihens Gates Haus oder so. So. Wie du baust die Statue nicht. Habt ihr alle einen Bogen? Ja. Leute, wir machen das jetzt ganz subtil. Wir hängen da alle gleichzeitig drin. Auch wenn Zinus damit überhaupt nichts zu tun hat und Eve genauso wie ich und Kevin auch nicht. Mir ist egal. Aber, Leute, wir machen das alle gemeinsam. Wir gehen uns alle mal da hin. Nehmen wir Redstone mit. Repeater habe ich hier schon. Mehr brauchen wir nicht. So. Wir können ja nachher in Panic Room gehen. Nein, da gehe ich nicht mit mir rein. Ich gehe gleich eh kurz was nach K holen. Ach komm, der ist schon schön. Vielleicht könnte er mich auf die Druckplatte schieben. Revi. Ja, genau. Ja, geil. Ich gucke sogar auf den Boden, dass ich nicht sehe, wer mich drauf schiebt. Lassen wir uns mal bei mir im Haus treffen, Leute. Im Panic Room. Leute, alle in Panic Room jetzt. Komm. Doch, komm. Komm. Jetzt komm. Nein, das ist ein Panic Room. Ich bin eine Panic Room. Komm jetzt. So, wir sprengen jetzt im Stream das... Komm jetzt. Nein, ich gehe nicht rein. Jetzt komm. Zinus. Ja? Komm. Komm. Was, Jörg? Kevin, bist du von deinem Haus? Man weiß doch gar nicht, dass es Clangun war. Ich bin gerade an meinem Haus. Warum? Doch, es war Clangun. Du siehst das auch im Video. Hat auch... Kevin, komm dir her. Komm dir her. Ja, ich komme gleich. Ich bin nur ganz kurz noch hier was fertig machen und dann komme ich. Ich muss erst mal kurz retweeten, was du getweetet... Dino, weißt du, wo das Haus von dem steht? Leute, retweeten mal bitte alle meinen letzten Tweet, Mann. Wir machen das. Wir machen das. Okay. Drängen bitte das Wichtigste von Clangun. Ich habe nichts damit zu tun. Den Bot nach hochheben. Jetzt kommt. Das Problem ist, wenn ich das spreng und ich will das hier hochladen, dann kann ich nicht deine Mutter heute dabei, weißt du? Was? Achso, ja, stimmt. Jetzt kommt. Kommt jetzt. Kevin, kommst du bitte? Dann lassen wir es. Kommt den Pen. Hi, Robi, du bist der beste Views. Ich nimm das jetzt ein. Mein Stream nimmt sowieso ganz normal. Danke, Riddick. Vielen Dank für deine Spenden. Oh, es regnet jetzt auch noch. Hast du mehr von? Danke, Riddick, für deine eine Million Spenden. Das ist traurig. Kevin, wo bist du? Ich bin gerade hier an meinem Haus noch. Kevin, komm doch jetzt. In Panic Room, alle. Ich geh nicht in den Haus. Jetzt komm, du kommst jetzt. Was darf ich? Das ist kein Panic Room, das ist das Gay Room da. Ja, sagst du. Wer hat denn da? Danke, Riddick, für Wahnsinn. So. Ich muss den da reinschieben. Ich schieb ihn da rein. Du hast einen Fliesentisch, Alter. Hi, Riddick, ich habe einen Fliesentisch. Ja, 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 jetzt. Richtige Richtung. Kevin, wo bist du? Ich bin jetzt unterwegs. Wir müssen uns in Panic Room treffen, alle. Ich geh in diese scheiß Panic Room. Wenn du noch einmal Panic Room sagst, werde ich dich töten, wenn ich dich töte. Wenn du noch einmal überhaupt was sagst, werde ich dich töten, Kevin. Ja, okay, alles klar. Hier darf man nicht mal einen Witz machen. Kevin. Du hast gesagt, du willst mich töten. Ich will dich nicht. Geh weg. Ich geh jetzt in Panic Room. Es tut mir leid. Du bist der Beste und der Größte und der Schönste und der Geilste. Du klängern, schreib gerade. Mach mal nichts. Jetzt übertreib aber nicht. Ja, wenn du weiter so nix tötest. Mach mal nicht. Gib mir nur einen Grund. Leute, das ist ein perfekte Wetter für die Sprengung. Kevin, wo bist du? Im Panic. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs zu klängern sein Haus. Zu who? Boah, das sieht aus wie eine riesige Schadone, die nach oben gerichtet ist. Ich weiß, was das ist, ja. Okay, dann komm, geh mal vor, bitte. Oh mein Gott. Ja, ich muss noch kurz. Damit Sinos schuld ist, ne? Damit Sinos. Ich bin nicht schuld. Imperium, danke schön für die Spende von 2 Euro. Leute, ich werde jetzt gleich kurz follow und so ausstellen bei mir, ja? Wieso wusstest du das? Weil das will ich aufnehmen fürs Video morgen, ey. Das will ich reinziehen auf jeden Fall. Ja, ja, Sinos, ich kenne mich doch. Dann werde ich sagen, am Anfang, ich will sie, ey, ey, die aktiven Spritzer. Wir haben gestern ein bisschen rumgespritzt mit Revi zusammen, ey, ey, ey. Alles klar, Kevin. Geil, Lohn. Hey, hey, hey. Ah, warte, hier geht's lang. Lass mal ein paar aktive Daumen nach oben da. Bei mir könnt ihr auch die passiven abgeben. Na, jetzt geh ich mal auf. Oh, das ist das schöne Lied, Leute. Boah, machst du mal wieder nicht hinterher? Halt doch nicht. Ich gehe da so todeslangsam. Ich möchte Essen sparen. Du seid nicht mehr der Jüngste, ne? Alter. Ach, Haribo. Ich möchte einfach so tun, als käme ich später dahin. Oh, junge Blitzer, hast du das gesehen? Ja, mal, Alter, jetzt kommt das perfekte Wetter. Für den Untergang. Ach, boah. Das ist das Wetter für den Untergang von Klängern. Haribo. Haribo, ich muss das Ganze unterbrechen, es tut mir leid. Willst du dir nicht für die Ausnahme auf... Ja, gut, die Aufnahme. Sehe ich gut aus? Mal kurz checken. Sehe ich gut aus. Oh, warte, Spreng. Haribo, es tut mir leid. Warte, Lipgloss. Haribo, das war ich. Haribo, Leute, nein, eins, das geht nicht. Wir müssen jetzt Sprengung machen. Boah, mein Einliner ist voll verlaufen. Okay, Lipgloss. Warte, Grutz. Ich bin fair, ich retweete jetzt direkt Revi seinen Tweet mal. Schnell. Habe ich auch schon. Ich auch. Warte, ich muss erst Lippenstift drauf machen. Ich muss es mir mal von innen erstmal anschauen, das Haus. Ja, guck mal, ist doch eh helflich. So, für die Sprengung. Wir können die oberen Etage sprengen. In der unteren Etage stehen seine Kisten. Mach vorher Fotos, damit du es wieder aufbauen kannst, wenn du dran bist. Mach ich nicht. Ihr macht das. Ich? Ich habe nichts gemacht. So, Leute. Ich gehe, ich, oh, ich, oh, ich kriege gar einen Anruf. Ich muss dringend, ähm, ähm, nach... Nein! Nein! Ich gehe raus, ich gehe raus. Nein! 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 Oh, ho! Oh, zu Glück. Wer ist über die Druckplatte gelaufen? Wie schwer hast du mir die Druckplatte gelaufen? Alter. Oh. Alter, ich war noch nicht mal in der Tür. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Ah, nö. Fick dich. Nein! Boah, Leute. Nein! Ich... Ey, Yves, ich wollte ansteuern. Ich wollte nicht machen, Yves. Du hast einfach so rumgetrunken, Yves. Guck mal, ich habe TNT-Den gesehen. Du hast ausgeworfen, Yves. Alter, wie asozial es bei dir ist, ne? Du hast den Ficka drin. Ey, Yves, das war mega assi von dir. Wirklich, Mann. Das ist zerstört, ne? Okay, alles klar. Ey, Yves, das war so assi. Rivi, du kannst labern, was du willst, ja? Ich meine, wir sind leider Gottes hier im Livestream und andere machen eine Aufnahme. Aber erzähl ruhig. Yves, du bist da drüber gelaufen. Jemand ist rausgegangen. Ich war noch drin, als es so rausgegangen ist. Das war, glaube ich, das war noch von Kevin, glaube ich, weil der hat die Druckplatte noch aktiviert. Die Druckplatte... ... platziert. ... TNT daneben gesetzt. Ja. Und dann hat die hochgegangen und hat sich das aktiviert. Rivi, boah, wo bist du, du kleiner... Boah, ich muss jetzt... Du wirst jetzt so weggespankt. Ich hab... Das ist unglaublich. Wo bist du? Ey, Kevin, hast du meine Sachen da genommen? Das ist alles explodiert, das ist alles zerstört. Oh, jetzt muss ich ihn weggespanken. Wo ist er, wo ist er? Hey, ob meine Sachen weg sind. Hast du dein ganzes OP-Equipment angehabt? Ja, klar. Junge, ich sag immer so, Karma is not a bitch, Junge. Als ob das dabei ist. Als ob alles zerstört. Ja, das ist explodiert, 100%. Nein, ist es nicht. Ich bin mal mit der letzten Explosion gestorben, Kevin. Ne, da liegt nichts mehr von dir. Ein bisschen Sand. Da ist gar nichts. Das ist in die Luft geflogen, 100%. Ich verarsch' dich. Als ob! Guck im Livestream in mein Inventar. Ich hab nichts genommen. Auch als ob! Nein! Klengern, ohne Scheiß, du siehst, ich hab nichts gemacht. Hattest du alles? Nein! Ich hab auch nichts gemacht, ne? Nein, jetzt müssen wir alles neu machen! Ja, ich wollte vor allem wenigstens vorher machen. Aber ehrlich, wisst ihr, wessen Schuld das ist, dass das jetzt passiert ist? Nein, Klengern. Ja. Wenn Klengern dich nicht getrollt hätte, hättest du das jetzt nicht im Heim zahlen müssen und dann wäre auch nicht... Oh Mann, alles ist weg, Alter! Ach Mann, Alter! Ey, das kann nicht sein, Mann. Ich bin mit der letzten Explosion gestorben. Einer muss eingesammelt haben. Ehrlich jetzt. Ich guck nochmal. Nein, Mann, ich hab ehrlich nichts von dir, Junge. Ich hab auch gar nichts. Ey, mein krasses Scheiß, Mann, mein Bogen, alles, Mann. Ernsthaft, das... Aber gut, TNT halt, ne? Ich mein, wenn du mittendrin stehst, was willst du erwarten? Ja, er hat keinen Blaze Protection gehabt. Protection 4 hilft nicht mehr gegen Explosionen. Wie soll ich sagen? Das ist vielleicht Klengerns Rache gewesen. Ach Mann, verfickte Scheiße, Alter. Ich hab jetzt überhaupt keinen Bock mehr weiter zu streamen. Jetzt ist mein scheiß PC auch noch gecracht, Mann. Jetzt hab ich einen OpenGL-Error. Fick dich doch mal, Minecraft, Alter. Tracks-Game. Komm, wir bauen doch schnell wieder auf... Oh Gott, ey. Wir bauen doch schnell wieder auf, alles klar. Die Rüstung kann ich dir sogar schon bald wieder fertig machen. Einen Tag, dann hast du die wieder. Weil ich hab noch ein paar Sachen in der Hinterhand. Ja, Revi gibt mir die Schuld, weil er weiß, dass ich das aushalten kann, weil ich erwachsen genug bin. Mann. Genug Reife am Sprechen. Ja, ich bin... Ich kann das auf meine Schultern nehmen und... Effe Milf. Eine Erdbeermilf. Schokomilf. Vanillemilf. Mann, ey. Wer... Och, dicker, mit der Druckplatte, Alter. Ohne Witz. Ja, was habt ihr denn... Ihr habt erst eine Druckplatte positioniert und dann habt ihr TLT-M Haus verteilt. Nein, die Druckplatte war eine Tio. Ich hab das TLT-M Haus verteilt. Was? Ey, was passiert? Ein Creeper. Ey, ich hab damit nichts zu tun, Mann. Ich disziere mich komplett, Mann. Ich disziere mich komplett, Alter. Ohne Witz. Ich bin da auch... Ich war da nicht dabei. Alter, nicht wirklich. Ey, ich hab nichts mehr. Ich seh's schon kommen, Alter. Das wird richtig Ärger geben noch. Das denk ich auch. Ja, weil ich meine Sachen halt wiederhaben, weil die irgendeiner... Ach, niemand, Rehvi. Du brauchst jetzt auch nicht hier rumflennen, nur weil du denkst, dass du dein Mitleid kriegst, weil du hier das Haus gesprengt hast. Nichts kriegst... Ah, 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 아, ah, 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 na, ah, ah, no. Halt's die Stimme! Nein, du warst... Ja, die Fritz X, ne? Er kriegt'n aber Mitschuld. Ja. Doch. Ein Waffenexporteur ist einfach jemals zur Rechenschaft gezogen worden für so eine Scheiße. Nee, aber es wäre ja Beihilfe an den Mord. Ja, das kannst du aber bei jeder Waffen, dein Mann. Meinst du, Hector & Koch wird wegen Beihilfe an den Mord verklagt? Willst du dich eigentlich verarschen? Jürgen, was erzählst du denn hier? Das Recht. Gut. Wir können verstehen, dass du ein bisschen aufgebracht bist. Nee, nö, kein, nö, kein Grund. Nee? Nein. Der kann froh sein, dass Karma ihn nicht zu hart gefickt hat. Was hätte denn noch krasser, als passieren sollen, Mann? Dass dein Haus irgendwie weggesprengt ist oder so. Was? Dass dein... Ja, aber dass du aus Versehen irgendwie ein Telen-Tee-Bäulchen da bei dir verloren hast. Ich habe nichts mehr an Rüstung, mein Schwert ist... Das hat dir doch eher das Kevin in den Arsch geschoben, Mann. Nein, habe ich nicht das Schwert, habe ich mir selber erfahren in der Stream, du Miststück. Ja, aber das wird dir doch wieder neu in den Arsch schieben. Das ist doch nicht schlimm jetzt. Nein, das nervt mich. Hallo, Zombie, was geht's jetzt hier? Ah, 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 ah. Ich werde trotzdem... Das war Eve, alter. Eve hat die Druckplatte ausgelöst. Ja. Ich werde auf Twitter direkt Klängern das schnell schreiben. Ja, mach das mal. Mach das mal. Klängern, klängern, klängern. Klängern, Eve hat dein Haus in die Luft geschmeckt und ist dir auch scheißegal, was damit jetzt ist. Eve hat auch meine Rüstung weggenommen. Ja. Also ich finde das Lustige. Habe ich schon angezogen. Ist ein bisschen eng am Sack, aber gut. Was ist das? Baut ihr das jetzt mal wieder auf? Ernsthaft? Ich baue gar nichts auf, Mann! Ich kann dich ficken, Mann! Herkomm jetzt sofort hier! Nein, ich werde nicht... Das ist so dumm, Alter! Das ist so, wie wenn der IS irgendwas in die Luft sprengt und sagt, ja, wir kommen jetzt wieder auf. Wie sind wir gleich? Das passiert doch nicht. Ja, komm her, Osama! Mach, baue da wieder auf jetzt hier! Ein Scheißweg ist wieder auf, Roman! Der hat mich getrollt, der muss jetzt damit leben! Wer mit mir fickt, ist es selber schuld! Was denn? Wir schaffen dieser Robin Heinecke, das so instant zu antworten! Ach, ficken! Das ist mir scheißegal, Alter! Die Stimmung ist am Arsch! Meine Spitzhacke ist weg sogar! Ey, meine Spitzhacke, mein Schwert, alles! Ich hatte alles auf OP-Verzauberung! Ey, das ist halt auch nicht lustig, Mann! Bisschen! Nur ein bisschen! Nur ein bisschen! Mann! Neue Ziele, Rebi! Wäre es doch fast fertig gewesen, wäre doch auch langweilig! Oh Gott! Ja, ja, mitgefangen, mitgehangen, mitgegangen, mitgefangen ist schon klar, aber ich bin hier nicht der Hauptattentäter! Wenn ich mich jetzt hier kurz in die Ecke mache, ein Thumbnail für mein Video! Oh Mann, ey! Ey, Leute, ihr haut einfach jetzt hier ab! Ach, du, halt! Ich mach mal ganz kurz Werbung, Leute, ich brauch erst mal drei Minuten für mich jetzt! Es ist doch, es kann doch nicht sein, dass du so ein Badluck hab, Mann! Ich wollte mich cool rächen und... Dr. Riddick! Stell dir mal vor, ich wäre alleine da vor Ort gewesen, ja? Stell dir vor, ich wäre alleine da vor Ort gewesen! Scheiße! Es wäre nichts passiert! Oh, scheiße, scheiße! Wäre keiner von euch darüber gelaufen, wäre nichts passiert! Versteht ihr das? Wo war denn die fucking Druckplatte? Ich hab, ich hab jetzt einen Videobeweis! Warte, ich guck jetzt, wer es gewesen ist! Ja, also ich hab's im Stream gesehen, das war Kevin, der hat die Druckplatte ausgelöst! Ja, ich bin über die Druckplatte, sag ich mir auch offen! Und Revi hat dann, äh, der TNT raufplatziert, als die Druckplatte aktiviert war! War also ein Ausversehen! Bitte? Fein, Fein ausversehen! Nö! Ich wollte grad nicht! Ich bin doch scheißegal! Das war ein Arbeitsunfall! Ein Arbeitsunfall! Ich bin Klängern in seinem Haus, um nach dem Rechten zu gucken! Na ja, Kevin, du kannst dich jetzt auch nicht so rausziehen, ne, Kevin? Was, ich zieh mich gar nicht aus der Fähre, ich sag einfach die Wahrheit! Es ist so lustig! Ich hab's... Hoffentlich kommt gleich Klängern, ey! Ich konnte doch nicht wissen, dass jemand unter seinen Druckplatten TNT platziert hat! Ich hab das daneben gesetzt, Alter! Ja, wie, ich hab doch gar nicht gesagt, dass du das warst! Ich hab gesagt, ich konnte doch nicht wissen, dass jemand unter seine Druckplatten TNT getan hat! Das war mega lustig! Scheiße! Das sah so geil aus! Hast du grade ein Neger gesagt? Ich muss ja so'n billigen Thumbnail für mein Leben machen! Hast du grade ein Neger gesagt? Ich hab MEGA gesagt! Boah! Die alle schreiben Tür.de E! Boah! Was?! Krass! Ihr müsst mal die... Finde ich auch gut, dass ihr das schreibt! Boah, Kevin! Halt die Chance! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Oh Leute, ihr seid echt... Ganz ehrlich! Wer bezahlt euch? Das gibt's doch gar nicht! Nur weil ich so wenig Geld hab und euch nicht schmieren kann! Ich hab' Unverschämtheit echt! Ah, sieht schon schick aus hier! Naja! Während mir! Ja, das wär' alles nicht passiert, wenn wir in den Panic Room gegangen wären! So sieht's nämlich aus! Pfff! Und da diskutier ich auch nicht länger! Wären wir in den Panic Room gegangen, wäre das nicht... Ich geh' nicht auf die Bombe! Wer... Da! Da! Ja! Ähm... Ich fühl' das schon gar nicht so schlecht, Leute, hier, das mit dem Haus, ne? Ich baue das nicht wieder auf! Ein Scheißmann! Der hat bei mir alles kaputt gemacht! Was? Der hat doch bei dir nur ne Mauer drum... Der ist nett aber! Ach Kevin, jetzt mal Schnauze kurz! Der hat doch... Du musst mal eins lernen, das hätte dir auch passieren können, ne? Ja, ohne Witz! Hä, ja und? Revi hätte auch dein Haus sprengen können! Ich hab' das prophezeit! Ich hab' immer gesagt, Leute, hört' auf, Revi zu trollen! Irgendwann wird er hingehen und bei irgendeinem wird er sprengen! Ja, dann darf er das doch auch machen! Revi ist ne tickende Zeitbombe! Wer den trollt, der muss sich bewusst sein... ...das Haus drunter leihen haben! Wille, mit meinem Thumbnail fertig, Leute! Ich wille, mit meinem Thumbnail fertig, das ist cool! Aber... Darum geht's doch jetzt überhaupt gar nicht, Kevin! Ich hoffe, ich schau' ein Megapraktiver Pro! Lifestyle LP, Dankeschön! Und, äh, FCK für eure Spenden! Ja, das... Aber man muss doch, wenn man was zerstört, muss man's schon wieder aufbauen, bin ich der Meinung. Ah, ich bin einfach mal so aus meinem Livestream raus! Nein, wenn man was zerstört, muss man's nicht wieder aufbauen! Eben! Wenn die IS was zerbombt, bauen sie's ja nachher auch nicht wieder auf, oder so? Immer diese Vergleiche holt ihr, diese Vergleiche! Jungs, ihr vergleicht hier irgendwie, weiß ich nicht, Craft Attack mit der IS, Junge! Was ist mit euch verkehrt gelaufen, ey! War ich bisschen hart? Okay! Bisschen! Bisschen! Aber komm! Es wär doch jetzt nur fair, wenn wir ihm das Haus wieder aufbauen! Nein! Okay! Guck mal! Was, Revi? Was hat Klängern genau bei dir gemacht? Klängern hat eine scheiß Mauer bei mir! Ja, er hat eine Mauer, aber er hat nichts bei dir zerstört! Doch! Er hat mein Leben zerstört! Er hat ja nicht dein Leben! Wenn dein Leben an dieser scheiß Mauer hängt, dann tust du mir echt leid für dein Leben! Ich bin ein kleines Gebietes zerstört! Verstehst du das nicht? Ach, Kevin! Ach, Kevin! Geh doch, wo du wohnst, ey! Ach! Ne, Augenbrauen! Ja, komm! Kevin! Ach! Ihr versteht das nicht! Ihr dreht euch immer... Ich verstehe das nicht! Nein! We... Weißt du, das ist... Irgendwann hat... ...hat Revi mal irgendjemand angeschossen... ...und dann ist Revi irgendwann gesagt... Boah, jetzt bring ich dich um! Ach, ich bin immer aufzureden, Mann! Das war ein guter Vergleich! Auf jeden Fall! So, Leute, mein hässlicher Thumbnail ist fertig! Ich geh jetzt in den Panic Room! Ich hab Angst! Ich versteck... Schreibt mal, bei mir im Chat alle F5 drücken! Einfach die Leute... F5... F5-Spam so! Paul, Dankeschön für den Euro! Und MovieTV auch! Danke! Ich bin grad so mad, Alter! Ohne Witz! Wart ihr was kaputt gemacht in meinem Raum? Nein! Als ob ich ein Open Jelfe darf... Ah, nein! Oh, kann ich hier sogar schlafen? Nee! Nix! Kondom... ...kekse... ...zum... ...geburtstag... Da! Schön mit Latex-Aroma! Okay! Ich fick echt zu viel! Ich fick echt zu viel, ne? Hm? Ich bin da so mad, Mann! Ach komm! Jetzt! Neh mich nerf das halt! Ja, aber was genau? Dass das... Karma dich gefickt hat, oder was? Das Karma hat mich nicht gefickt! Irgendeiner hat mich gefickt! Irgendwie ist mir im Rücken gefallen! Irgendwie... Ich trage ja für mich die Schuld! Lecker! Ja, aber... Zinos hat doch schon gesagt, dass Kevin das ausgelöst hat! Kevin hat nichts gemacht, das ist deine Schuld nicht! Boah! Ich geb das zu, dass ich über diese Druckplatte gelaufen bin! Ja! Ja, aber ich kann nicht so auf Kevin sein, weil der hat mir schon viel geholfen und gesagt zu Eve, die irgendwelche Räume mein Zimmer baut da! Aber es konnte ja keiner wissen, dass da TNT unter der Druckplatte platziert war! Wir haben das geschafft! Natürlich! Völlig... Einfach blödes Timing! Einfach scheiße, genau! Jetzt geht's mir wieder besser! Hab ich kurz... Kurz wieder beruhigt im Panic Room! Also, ich finde nicht, dass scheiße gelaufen ist! Wir haben seine Bude gesprengt, also! Ja, aber bei mir ist alles kaputt! Ja gut, das ist doof! Find ich lustig! Alles klar, Eve! Okay, wenn du sowas lustig findest, bring ich dich jetzt mal um! Kevin! Ja, wieso? Du findest das ja lustig! Ja, bei anderen! Bei anderen, Kevin! Wenn du jetzt sterben würdest und alles verlieren würdest, dann fände ich das auch witzig, zum Beispiel! Ja? Ja! Okay, alles klar! Du Leute, mein Schwein... Nein, das ist kein Grund! Jetzt! Ich bin schon unterwegs! Nein! Hallo, halt doch mal die Fresse jetzt! Mein Gott! Neue Videos jetzt draußen! Für jetzt drei Millionen Likes da drauf! Danke! Nee, es ist halt... Ist halt... Letztendlich hab ich's ja verdient, also... Keine Ahnung! Aber trotzdem ist Eve halt ein Hohlensohn! Och, Mann! Pick'n du mal einen GL-Fehlermann! Ohne Wittens! Du bist auch so ein Open-Key-L-Fehler! Du bist auch so ein Open-Key-L-Fehler! Ich bin so fucking mad, Alter, ne? Hä? Na ja... Ah, mein Mikrofon hat so Morela gehabt, Leute! Also, Leute! Kevin, möchtest du mal ganz ruhig klängern? Ach... Klängern... Oh, Revi, ey! Was ist denn los? Arsch! Also, ich geh mal kurz ein Video aufnehmen, falls ihr nachher noch streamt, komm ich wieder dazu! Was? Ich geh kurz ein Video aufnehmen, ich hab noch nix für morgen! Boah, jetzt nimmt er bestimmt auf und sagt, er hat damit nichts zu tun und so... Ich hab nix zu tun damit, ne? Hendrik, möchtest du mal den Link vom Video posten? Ja? Ich hab dir dann ne Idee, du könntest in den Panic... Eve, ich mach diesen Panic rum jetzt weg, Alter! Nein! 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 Danke schön für die Spende, nur Minus! Sagt ihm, der soll es nicht machen, bitte! Ich hab nen ganzen Stream da rein investieren! Nein! Nein! Ich weiß auch, du hast es nicht um Erlaubnis gefragt! Ich dachte, du magst das! Danke, geile! Ach Leute, Eve ist nicht daran schuld! Guck! Einfach... Mein Gott! Nein, Eve ist nicht schuld daran, dass das Haus zerstört ist! Eve ist auch nicht zu schwer für die Druckplatte gewesen! Ich hab grad Zero-Motivation weiter zu spielen, weißt du das? Jetzt mach... Ah, wie mich das gefickt hat! Dann spiel Get Down, oder geh in die Community! Ich spiel es nicht! Raus aus meinem Haus jetzt, Eve! Ohne Witz! Nein! Ich wollte helfen! Ich geh mir was zu essen und hau ab! Ja! Warte! Du hast doch bestimmt genug! Hau ab! Dann geh raus! Ich hab doch nichts gemacht! Ich hab doch nichts gemacht! Ich will aber gerade alleine sein! Ich hab noch Schuhe... Schuhe, die haben sogar Frostwalker drauf! Das war jetzt nicht das Beste unbedingt! Aber die haben Mending, Protection 4 und Unbreaking 3! Also, jemand sagt bei mir im Chat, dass G-Time die Sachen hat! Aber... Ich hab' nicht! Ich kann doch E drücken hier! Warum soll ich Revi das Zeug klauen, wenn ich ihm das gäbe? Wie dumm ist das denn? Mit Logik... Dankeschön! Gut, dass ich damals irgendwie meine Items irgendwie durch den Bug verdoppelt hab, ne? Was?! Vielleicht war das ja alles ein Plan von Kevin! Oder von jedem! Von Klangarn! Leute! Riddick, Alter! What the fuck! Warte mal! Was? Geht bei dir?! So, Hendrik, ich schick dir mal ganz kurz in Skype! Ja, ja! Ich warte mal, bis die Skelette hier... Danke! Magst du mal ganz kurz die Donations vorlesen? Von... Äh, quasi von Brother Router S? Äh, du bist gerade Platz 4 auf Twitch Global und in Deutschland Platz 1? Das ist schön! Danke dafür, Leute! Danke! Warum?! Ja, weil ich geil bin! Weil du so ein fresher Dude bist! Yeah! Ich bin so genervt jetzt einfach! Riddick! Hey, Riddick! Ich hab' schon circa fünfmal gespendet, aber du hast es nie gesehen! Ich wollte dir eine Domain kaufen, ist das in Ordnung? Äh... Ja, kann ich auch theoretisch sehr, aber ich meine... Riddick! Danke! Ich meine, was bringt dir das, wenn du eine Domain kaufst? Ja, eben, also, muss nicht sein! Aber danke fürs Angebot! Und vielen Dank für deine Donations, die ich vergessen habe! Es ging ein bisschen drunter und drüber, sorry dafür! Hey, Riddick! Riddick! Ich feiere dich mega, 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 mega hart! Und tust... Und usst nur eins wissen, dass ich mehr Ultra-Talent sehen möchte! Riddick! 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 REstick! Ah! Riddick! Guck, wie der Hilfsdirt dir geholfen hat! T interiorrt! Der Hilfsdirt! Kann ich später mal gerne versuchen, wenn ich mich dran erinnere, wenn ich nicht im Rage Delirium einfach gestorben bin. Aua. Mann, ey, das kann doch nicht sein, dass es so eskaliert ist und ich dann einfach draufgegangen bin. Das kann doch nicht sein. Das lässt das TNT ein. Ganz ehrlich, es war mit einer der besten und epischsten Momente in dieser Craft Attack Staffel. Auf keinen Fall. Fand schon. Das muss auf jeden Fall einen Streambest aufgeben, ne? Ja, Leute, macht mal einen Streambest. Das ist auf jeden Fall geil, wenn... Hey, ich bin nicht gemuted, Leute, ich esse nebenbei. Fetter Wichse. Hey, ich bin für dich Rüstung am Fahren, ne? Geiler Typ, Kevin, ich liebe dich. Fetter geiler Wichser. Eif, jetzt sei mal ein bisschen vorsichtig, sonst töte ich dich gleich wirklich. Ach, Kevin, ich mag dich so gern manchmal. Eif, wenn du mir wirklich was helfen willst. Ja. Hast du Cobblestone und Kohle? Cobblestone hab ich sehr viel, ja. Ich glaube, davon hab ich nämlich auch was im Inventar, hab ich nämlich auch in die Luft geflogen. Ich hab ja einfach alles verloren. Ich guck mal, ich hab ne ganze Kiste vor meinem Haus stehen. Wer hat dir den Pimmel hingebaut? Och, Mann. Das war ich sogar mal nicht. Schmeißt einfach mal den Ofen, Eif. Prost. Dann hab ich nämlich genug Cleanstone. Dann kann ich nämlich mein Dach weitermachen. Und ein bisschen Sand wär nicer. Ach, Gott. Wie wäre es mit der Runde CSDOW und einem sicken Giveaway? CSGO werden wir gleich vielleicht noch spielen, wenn ich schlecht gelaunt bin. Was mit den Subs läuft heute gar nicht, Leute. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ne? Ja, aber du willst dich ja nicht schminken lassen als Sub-Call. Ja, dann lass mich ja schminken. Dann sag doch mal, was es für Verluste gibt. Oh! 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 Aber Leute, bei 100 Subs lass ich mich von irgendwem schminken. Von mir? Nein. Doch, klar, von mir. Nein. Doch! Von wem denn dann? Von Kevin? Oh Gott. Der krasser Witz von... Ja, das fände ich auch gut. Von MyTitty, keine Ahnung, aber nicht von dir. Warum nicht? Ja, weil ich dich nicht mag. Aber ich würd' dich so schön machen. Nein. Ich hab sogar ne Wimpernzange und so. Ach, ich kann nicht noch schöner werden als jetzt. Oh! Jetzt hat's so gelocknackt, ich wollte eigentlich Retest schreiben. Das ist doof jetzt. Die Verklebis Sachen schreibt jemand. Ach. Nein, hat sie nicht. Was wollte ich? Ach, Cobblestone. Wie viel brauchst du denn? Ja, ich hab jetzt schon dreimal gespendet, nie hast du vorgelesen. Trotzdem bist du der YouTuber. Vielen, vielen Dank, Yannis PH. Wieviel brauchst du? Ja, alles was du hast. Alles wirklich. Ohne Scheiß. Durchfallmann, 1, 2, 3, 4 Donett, 4 Euro. Ich hab Durchfall, das ist ein ganz Durchfallmann. Respekt an dich. Alles klar. Und der liebe Ironman. Ähm. Ja, das wird's eh vorgelesen. Reyes, erst mal das Donett. Ich wollte unbedingt bei dir tun, zum Glück, zum Glück gerade. Obwohl ich ausrasse, du kauf Pallas-Merch. Palle habt keinen Merch, glaub ich. Also gut. Ne. Ich hab aber ein ganzes Inventar voll und nochmal das Ganze. So viel brauchst du nicht, ne? Und da schwinden die Zuschauer. Eben waren's 25.000, jetzt so eine 16.000. Komm Bax, Dankeschön für den Resub. Wir werden 19 angezeigt. Echt? Danke Lappen für einen Euro. Und ich hab zwei Donations nicht vorgelesen, ne. Die suche ich gleich nochmal raus. Hast du Transcriber mitbekommen, Revi? Äh. Bühler und Lukas Woll, Lara01 und Leonob. Biodob, macht nochmal, bitte. Ich mach nochmal, bitte. Was? Vielen, vielen Dank für den Sub. Keine Ahnung, was ihr mir sagen will, ich weiß es nicht. Vielen Dank für die Subs an euch beiden. Lukas Woll und Bilara01. Subt jetzt rein, ich lass mich schminken. Die ist das Ananas-Kot-Lecken in der Hölle. Oh, schmink. Oh, das wird so witzig, Revi. Oh, Mann. Hey Revi, wie geht's denn? Mir geht's scheiße. Machen wir richtig mit, mit einem Gliedstrich und so. Gliedstrich? Hast du gerade Gliedstrich gesagt? Nein. Hat sie. Hallalala. Hallalala. Das will uns das. Igerlich. So. Ja, jetzt auf jeden Fall mal subscriben bei dem lieben Revi, damit ich ihm ein Liedstrich malen kann. Ja.